Hallo Patrick. Hallo Daisy. Dein Spitzname ist Johnny. Warum? Wie so Sachen in der Handballmannschaft laufen, musste ein Spitzname her, dann war es zuerst Wayne, wegen Wayne Gretzky und aus Wayne wurde John Wayne und daraus Johnny. Zehn Jahre bei den Löwen, werden es noch mal zehn? Wenn nicht meine Beine so weit tragen, dann vielleicht schon, ja. Wie sieht dein, ich habe doch gar nichts gemacht Gesicht aus? Apropos nichts gemacht, erstes Bundesligaspiel und dann gleich rot. Bleibende Erinnerung? Absolut, ja. Deine besten DJ-Moves? Gibt's nix leider. Welcher Song darf in der Löwenkabine auf gar keinen Fall fehlen? Bis der Brown kriegst du Frauen. Wenn du einen YouTube-Channel hättest, was für Tutorials könntest du zeigen? Wie bediene ich den Thermomix? Buchstabier doch mal deinen Vornamen rückwärts. K-C-I-R-T-A-P. Beschreibe die Löwen in drei Worten. Familiär, lustig, erfolgreich. Das Gesicht von Nikola Jakobsen, wenn ihr einen Tempo-Gegenstoß vergeigt. Dein Reisetipp für uns? Viel lesen. Und Handball ohne Harz ist wie? Musik ohne Lautsprecher. Dankeschön. Bitte.